Servus und hallo und willkommen zurück zu Toho Soccer 2. Ja, in der letzten Episode haben wir Team Remilia kaputt gemacht. Also Team Toho 6, Team Toho 7, Team Toho 8. Und jetzt müssen wir gegen, ja, Team Toho Kenzokyo kämpfen. Was quasi, ja, die Besten der Beste sind, denke ich mir mal. Ähm, ja, Marissa, PC-98 und ja, oh Gott, ja, und Getschik. Ja, das wird auch interessant. Kann ich da irgendwen auswechseln? Ich könnte Remo reinhauen. Statt Ehren, aber, na. Weiß nicht. Hm. Vielleicht später mal. Oh, jetzt nicht. So. Ah, na, kein Briefing. Aber ich will was gucken. Wegen Items und so. Recovery plus 10. Power plus 10. Ah, nein. Nope. Obwohl, was ist Saragi nochmal? Oh, das ist Recovery. Gib mir das. Okay. Jetzt müsste es gehen. Und. Kick off. Los geht's. Yay, wir haben den Anstoß. Wir sehen, wie wir uns da durchkloppen werden. Die Nummer 9. Ja, Moment. Ja, gleich zu Komachi. Ähm. Ein Schritt noch. Na, vielleicht noch einen. Okay, Chiru und Aya. Ähm. Pocket Change. Zu. Ehren. Sie kann den Anfang machen. Hä? Was zum? Aua. Was fällt dir ein? Schmeiß meinen Lieblingscharakteren weg. Na, warte. Sakuya. Mr. Action. Ah, verdammt. Na, vielleicht schafft es sich trotzdem. Fast. Nicht der Film. Oh Gott, Aya. Ähm. Verteidigungsteam. Ja. Gilt dir ja not. Table turning. Oh, ey. Nichts da. Hirnstrahl. Oh Gott. Letty press. Oh, Mist. Ähm. Special. Doppelteam. Los. Ja. Sehr schön. Oh, oh. Oh, scheiße. Oh. Oh, ähm. Komplettdagnisfilm. Oh, oh. Jukka will Rache. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Komplettdambulance. Ähm. Special. Wenigstens ab. Werden wegschmeißen oder sonst was. Ai. Oh, oh, oh. Sowas, sowas. Ich dachte, jetzt kommt gerade was Schlimmeres. Aber. Hat ja auch gereicht. So, Merlin. Ich hab vergessen, wenn der Hamdi überhaupt im Tor rückpasst. So, Sakya. Äh. Hm. Kommt er nicht richtig durch. Moment. Moment. Nein. Da. Sehr schön. Hier nimmt mein Geld. Ha. Obwohl, äh, Miko war ja noch nicht Geld, gell. Highball. Highball. Jawohl. Das ist gut. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So viele Meteore. Mädchen, weg mit dir. Hä? Was zur Hölle? Completely unbalanced. Blazing Star! Weg mit dir, Yomimi. Completely unbalanced. Und Tor! Die Abwehrpose von Gage sieht geil aus. Na gut, eins zu eins. Ähm, Komachi. Oh. Marissa? Na. Komachi? Oh. Mima. Das wollen sie wissen. Ähm, Phantom Dining. The Sunflower Attack. Oh. The Badly Name Combination. Quasi. Ich glaube, ich habe es 5.0. Fast. Oh nein, ich bin schon wieder. Äh. Bleib. Trap? Oh mein Gott. Äh. Predict Shot. Oh. Oh. Scheiße. Reincarnation! Einer meiner Lieblingsfilms. Mir tut die Stadt jetzt leid. Und Mima hat Beine. Yay. Master. Double. Trinity. Twilight. Nein. Die macht das mit einem Fingerschnipp. Und schon geht... ...ein Viertel der Welt zugrunde. ...ein Viertel der Welt sind noch da. Man merkt schon, jetzt wird's hart. Oh, wir sind härter. Ah ja. Ah ja. Okay. Marissa. Diesmal ist es dein Auftritt. Oh. Glück gehabt. Wer ist denn da? Yomimi und Menisin. Weg mit euch! Was machst du da? Hm. Oh, Gott. Da komme ich gerade wieder zurück und auf einmal ist es mir nochmal angepisst. Ja. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Ich habe am Anfang 2 zu 0 geführt. Dann habe ich meine Charaktere in Ruhe gelassen und habe 2 zu 2 gemacht. Weil ich habe jetzt so oder so das Tor gemacht. Aber dann ist halt das Spiel abgestürzt. So. Nun ist es mir mal angepisst und jetzt geht's weiter. Ähm. Hier. Okay, reicht. Kompli-Tag, das ist hinter mir. Okay, ähre. Nach vorn, nach vorn. Chiro und Momeini. Sakuya! Zwei gegen zwei. Ist ja nur fair. Ja. Ja, ja. Ich weiß, ihr wollt euch gegenseitig killen. Aber es wird eh nichts. Flux. Oh, so knapp. Life is dead. Chiro, weg. Momeini, weg. Es sind auch weg. Engie, auch weg. Und Tor. Puh. Interessant. Mal sehen, wie das noch wird. Miema will schon wieder nach vorne preschen. Das lasse ich nicht zu. So, ähm. Phantom-Tining. Nur normal intercepten. Leicht. Glaube ich halt. Ja. Oh Gott. Was? Hä? In-Yang war Pass. Timely. Das war so klar, irgendwie. Haltet sie auf. Letty. Table-Turning. Lyrica. Ghostle fort. Die kriegen wir. Nichts da. Nicht so lachen, ey. Das klingt ziemlich psychomäßig. Oh Gott, Schinkie. Äh. Ja, den Schink holt. Zu. Ja, Chiro. Geh weg. Hä? Was? Oh Gott, wie stark ist ihr Haar? Was nimmt die für ein Gel? Ähm. Pisten-Charge. Na. Na, ich hab auch ne Gottheit. Verdammt. Oh, war nur ein Doppelpass. Hab ich gesagt, nur? Äh. Bleib. Okay. Ein Rückpass? In das Fragezeichen. Warum frag ich jetzt eigentlich als Team Gaudi? Na, was soll das? Ähm. Ja. Den wirst du wohl haben. Woll, dass ich hier rache. Vielleicht ist sie sauer. Ja, sie ist sauer. Kommt doch vor, wenn man sie in Tofi anpisst. Aber 3-3, das ist spannend. Finde ich. Ähm. Ja, Lyrica. Und das kann ich ja auch machen. Poltergeist Live. Ja. Einfach mal durch die Verteidigung. Ja. Wo ist Lyrica jetzt? Oh, fuck. Ähm. Ist das... Oh, oh. Das ist Schink. Äh. Chiano. Marissa. Marissa. Highball. Yomimi. Yomimi. Äh. Mr. Trap. Uh. Hat geklappt. Mach ne Fliege. Äh. Warte, jetzt muss ich kurz rechnen. Ah. Echt locker. Verpiss dich. Hä? Kombaru. Kombaru. Aje. Poison. Pref. Okay, das war ein Foul. Ähm. Ah ja. Genau. Da war ja was. Oh. Äh. Komachi. Marissa. Chiano. Wo ist... Äh. Ich will ehren. Äh. Na gut. Dann. Gib's ein Konzert. Oh nein. Oh. Reicht. Na 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 na. Die macht ja Musik. Yay. Und weg damit. Oh. Wie geil ich will konnte es schießen. Oh. Ähm. Warum ist keiner da? Die Battle Name Combination. Kommt jetzt noch ein Gegenteil? Ich hoffe mal nicht. Ähm. Schnell. Letty. Warum steht da Fragezeichen? Na egal. Ich wollte dich nicht aufwecken. Das war Emu. Das ist nicht meine Schuld. Ähm. Special. Versteh das doch. Hast du gut gemacht. Ui. Sie hat weit geschossen. Wer ist die Nummer 8? Na komm. Sie verdient auch einen Schuss. Oh oh. Das war ein Schuss in den Ofen. Okay. Oh. 3 zu 3. Oh.